Hier sehen Sie ein gutes Beispiel, wie sich Veränderungen in Pankow ergeben können. In den 80er Jahren dominierte auf diesem Gelände noch der starke Bahnverkehr. In Zukunft wird auf dieser aktuell unscheinbaren Fläche eine Mischung aus grünen Landschaften, Gewerbeflächen und einer Schule entstehen. Dies ist als Projekt Pankow er Tor bereits bekannt. Pankow TV – So sieht's aus